Jetzt sterben wir, oder was willst du machen? Ich würde ihn sterben lassen. Ja, ich will. Nichts umkramt mehr, dass du keine mit was möglich hast. Ich würde einen filmen. Jetzt sag doch mal. Ich bin von Corona, der hat es auf einen Tag recht. Nie weiß ich mich daran, dass ich das Thema schon an der ganzen Tag. Und dann kommt noch ein bisschen, wenn ich mich nicht überdenke. Das ist ein bisschen, was das ist. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.